Sechs Jahre brauchte es, bis Franz Dinder seinen Gedichtband veröffentlichen konnte. Herausgekommen ist ein feines, kleines, skurriles Werk mit knappen Titeln wie Krim, Happy End, Roman oder Milchstraße. Die Illustrationen kommen von namhaften Künstlern wie Armin Müller-Stahl, Udo Lindenberg oder Jonathan Mese. Und worum geht es? Natürlich um die Liebe.